Hallo, hier ist die Anna aus der Guten Morgen Badenschau und ich stehe hier auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt. Und ich muss sagen, abgesehen von diesem durchaus fragwürdigen, nasskalten, richtig ungemütlichen Wetter, ist es echt schön hier. Es hat sehr, sehr viele kleine, romantische Buden, die auch eine unglaubliche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten anbieten. Nationale, internationale Küche, es ist wirklich alles dabei, was der Magen so begehrt. Und auch die Kleinen kommen echt auf ihre Kosten. Es gibt eine begehbare Kerzenwerkstatt, wo sie ihre eigenen Kerzen machen können. Es gibt eine Weihnachtsbäckerei, das fand ich richtig toll für die Kleinen, wo sie backen können. Also es ist definitiv was hier für die ganze Familie. Ja, und ich trinke jetzt erstmal noch in Ruhe ein Glühwein und als nächstes ist dann der Offenburger Weihnachtsmarkt ran. Ich freue mich schon.